Ja, verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen am heutigen Montagabend zu einem eher traurigen Anlass, aber ich freue mich, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Kommen Sie ruhig noch ein bisschen näher ran, dann stehen wir auch enger beisammen und ich brauche nicht ganz so laut zu sprechen. Ja, wir stehen alle gemeinsam unter dem Eindruck dramatischer Ereignisse, was der gesamte Westen versucht hat zu verhindern, ist in der letzten Woche doch eingetreten. Wir haben Krieg in Europa, mitten in Europa. Russlands Präsident Wladimir Putin führt einen in jeder Hinsicht rechtswidrigen und ungerechtfertigten Krieg gegen das ukrainische Volk und die Ukraine. Das ist der Anlass, warum wir heute Abend zusammengekommen sind und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Vogelsberger Parteien von SPD, Grünen, Freien Wählern, FDP und CDU. Wir stehen alle zusammen gemeinsam hier heute hier und wollen mit Ihnen eine Mahnwache halten und vor allen Dingen für das ukrainische Volk und die Ukraine eintreten. Ich freue mich, dass die beiden Kirchengemeinden der Kreisstaat Lauderbach, die katholische Kirchengemeinde und die evangelische Kirchengemeinde ebenfalls mit dabei sind und auch im Anschluss eine Ansprache an Sie richten werden. Ich freue mich, dass Pfarrerin Dorothea Göbel mit dabei ist und Pfarr-Wikar Jonas Adam. Ich freue mich, dass der heimische Bundestagsabgeordnete Michael Brandt gekommen ist und auch die beiden Landtagsabgeordneten Eva Goldbach und Michael Huhl. Ja, viele Superlative sind in den letzten vier Tagen für das verwendet worden, was wir am vergangenen Donnerstag erlebt haben. Ich selbst habe eigentlich nicht geglaubt, dass es tatsächlich so weit kommen würde, aber als man am Donnerstagmorgen aufgewacht ist und dann die Nachrichten verfolgt hat, war es tatsächlich so, dass Raketenangriffe auf den ukrainischen Staat von Russland aus verübt worden sind. Und wir alle spüren seit dem vergangenen Donnerstag, dass sich etwas ganz Wesentliches, ganz Grundsätzliches verändert hat. Wir spüren es, wenn wir morgens mit den Kindern beim Frühstück über die Bilder sprechen, die sie in den Zeitungen oder im Fernsehen gesehen haben. Wir merken es, wenn wir mit Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen darüber sprechen, was sie bewegt. Und wir spüren es, wenn wir am vergangenen Wochenende mit Freunden zusammengesessen haben und über das, was passiert ist, gesprochen haben. Der eine oder andere hat im Vorfeld der gestrigen Mahnwache hier vor Ort und auch der heutigen gesagt, was das eigentlich soll. Das sei doch nur Symbolpolitik und man könne sich das sparen. Ich sehe das genau anders. Symbole sind in diesen Zeiten so wichtig wie sonst nie. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, dass nur in 1800 Kilometern Entfernung von hier, genauso weit weg wie Mallorca, um das mal zu vergegenwärtigen, ein Krieg herrscht. Menschen leiden, Menschen sterben und das ist das, was uns gemeinsam bewegt und das, was uns auch verbindet. Und wir wollen heute diesem gemeinsamen Gefühl auch Ausdruck verleihen. Wladimir Putin, stoppen Sie dieses Blutvergießen, stoppen Sie das Leid, die Vertreibung, stoppen Sie diesen Krieg. Vogelsberger Resolution zu Russlands Überfall auf die Ukraine. Mit großer Sorge und Entsetzen verfolgen die Bürger des Vogelsbergkreises den militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine. Zum ersten Mal seit dem 1. September 1939, als Deutschland seine friedlichen Nachbarn Polen überfiel, damit den schlimmsten Krieg der Menschheitsgeschichte auslöste, überfällt in Europa wieder ein Staat seinen friedlichen Nachbarn, um einseitig und mit Gewalt die Grenzen in Europa neu zu ziehen. Russland bringt mit diesem Krieg unendliches Leid zu den Menschen in der Ukraine. Viele Menschen sind bereits auf der Flucht, andere wurden durch Kampfhandlungen mittelbar und unmittelbar verletzt oder sogar getötet. Die Bürger des Vogelsbergkreises sind in diesen Stunden mit ihren Gedanken und ihren Gebeten bei den Menschen in der Ukraine. Das Vorgehen von Putins Russland stellt einen eklatanten Bruch des Völkerrechts dar und steht im deutlichen Widerspruch zur Charta der Vereinten Nationen. Der Schlussakte der USZE, der Satzung des Europarates und der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die demokratischen Parteien des Vogelsbergkreises, CDU, SPD, FW, Grüne und FDP, verurteilen entschieden die Aggression von Putins Russland und erklären sich in gleichem Maße solidarisch mit der Ukraine und dem ukrainischen Volk. Wir haben großen Respekt vor den Demonstranten innerhalb Russlands, deren mutige Demonstration und Kritik am Regime hier wahrgenommen wird und genauso Unterstützung erfahren. Mit seinem Krieg gegen die Ukraine führt Putin nicht nur einen Krieg gegen ein Land, sondern einen Krieg gegen die gesamte westliche Welt und ihre Werte. Und das sind Freiheit, Frieden, Selbstbestimmung und Demokratie. Die demokratischen Parteien des Vogelsbergkreises fordern die Bundesregierung und die Führer der westlichen Welt auf, unsere Werte zu verteidigen. Dem Aggressor entschieden entgegenzutreten, ein Ausweitens des Konflikts zu verhindern und die russischen Machthaber zum Einstellen der Kampfhandlungen zu bewegen. Gleichzeitig fordern sie die Machthaber Russlands auf, die kriegerischen Handlungen sofort einzustellen und ihre Truppen vom ukrainischen Staatsgebiet zurückzuziehen. Nur der bedingungslose Rückzug der russischen Truppen kann Grundlage dafür sein, dass wieder an einer diplomatischen Lösung gearbeitet wird, welche die Grundlage für einen dauerhaften Frieden in Osteuropa ist. Mein Name ist Bernd Ort, ich bin 67 Jahre alt und mein Vater war im Krieg in Russland. Meine Mutter wurde vertrieben, ausgesiedelt, verjagt und ich habe meine Eltern noch live erlebt, im Gegensatz zu meinen Kindern. Meine Eltern haben ja diese grauenhaften Erlebnisse teilweise vermitteln können, teilweise konnten sie gar nicht drüber sprechen. Und ich bin entsetzt darüber, dass jetzt dasselbe in der Ukraine direkt vor unserer Haustür wieder passiert. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, Dieser Krieg ist ein schweres Verbrechen mitten in Europa. Wir alle spüren den großen Schmerz im Herzen, erschüttert und tief bewegt. Gleichzeitig haben wir alle fassungs- und verständnislos diesen Angriff Putins auf die Ukraine erlebt. Gleichzeitig empfinden wir Abscheu auf diesen ungeheuerlichen Angriff auf die Demokratie. Gleichzeitig gilt unser Mitgefühl und unsere Solidarität den Menschen in der Ukraine. Gleichzeitig sind alle unsere guten Gedanken bei dem ukrainischen Volk. Gleichzeitig sind unsere tröstenden Gedanken und Gebete bei den Familien und Angehörigen, die Tode zu beklagen haben, Ihnen allen gilt unser tiefes Mitgefühl. Wir tragen die Sanktionen der deutschen Regierung und ihrer internationalen Partner in vollem Umfang mit. Wir alle fordern die sofortige Beendigung der Invasion und die Missachtung des Völkerrechts. Denn wir sind alle in großer Sorge um die Frauen, Kinder und Männer in der Ukraine. Und wir sind alle in Sorge um den Frieden in der Welt. Michael Brand, Bundestagsabgeordneter hier, auch für den Vogelsberg. 48 Jahre. Was halten Sie denn von dieser Situation, die wir momentan haben? Wie empfinden Sie das? Ja, es ist eine Zeitenwende, die wir gerade erleben. Und dass ein Putin in Russland die Selbstbestimmung der Ukraine, das Völkerrecht dermaßen bricht mit einem Aggressionskrieg, das ist ja nicht der Anfang der Geschichte, sondern es gibt zehntausende von Toten in Tschetschenien, die Putin zu verantworten hat. In Syrien gegen Zivilisten wurden bunkerbrechende Waffen eingesetzt. Der Krieg in Syrien wäre lange vorbei, wenn Putin nicht Assad unterstützen würde. Die Oppositionellen, die Medien, die in Russland verfolgt werden. Also man muss auch einfach sagen, der Westen hat viel zu lange zugeschaut. Es muss einen auch beschämen, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass Putin glaubt, sich das Recht rausnehmen zu können, Grenzen in Europa wieder verändern zu können. Denn die Wahrheit ist ja, der Krieg in der Ostukraine dauert schon über acht Jahre. Es hat so rund 14.000 Menschen das Leben gekostet und die Ignoranz des Westen war lange. Und es ist gut, dass es jetzt eine klare Entscheidung gibt, bei der man sagt, wir können nicht weiter zuschauen und wir können es nicht zulassen, dass solche Aggressionskriege seit Hitler und Stalin jetzt im Jahr 2021 wiedergeführt werden. Die Bundesregierung hat lange gebraucht, wie stand mit dem Rücken zur Wand, die Verbündeten, die Freunde waren ziemlich erschüttert die letzten Wochen, wie Deutschland gewankt hat. Aber man muss sagen, seit gestern, ich war ja in Berlin bei der Sitzung des Deutschen Bundestages, das, was die Bundesregierung jetzt vorgelegt hat an Maßnahmen, an Sanktionen, SWIFT, auch die russische Zentralbank und auch eine Kehrtwende, das ist aus meiner Sicht eine historische Kehrtwende der SPD, dass ein Wehretat mit 100 Milliarden Euro, dass die Frage von nuklearer Bewaffnung, auch das Thema Zwei-Prozent-Ziel, alles Punkte, die wir als Union in der Regierung in den letzten 16 Jahren, zwölf Jahre hat die SPD mitregiert, ja gefordert haben, die an der SPD gescheitert sind. Es ist notwendig und richtig und das muss man anerkennen, dass die Bundesregierung hier eine Kehrtwende genommen hat, auch der Bundeskanzler und wir als Opposition, die Union, auch unser Fraktionschef Friedrich Merz hat das ja gestern im Bundestag deutlich gemacht. Wir unterstützen die Regierung, weil es ist richtig, weil Frieden, Freiheit und Demokratie, unsere Werte, die kosten einen Preis und diesen Preis muss man einlösen. Und das, was jetzt gerade passiert, wird auch uns treffen, in der Wirtschaft, die Sanktionen, auch Flüchtlinge, die zu uns kommen werden, alles das ist eine Konsequenz, aber das ist der Preis für Frieden, Freiheit und Sicherheit und deswegen kann man sich nicht wegducken. Wir haben uns schon viel zu lange in der Frage weggeduckt. Eine persönliche Frage, haben Sie Verwandtschaft oder Bekannte in der Ukraine oder auch in Russland? Nein, aber ich habe einen großen Respekt vor denjenigen, die in der Ukraine für ihr Land gerade einstehen und ich will das genauso für diejenigen sagen, die gerade in Russland auf die Straße gehen, trotz Propaganda und obwohl sie wissen, dass sie niedergeknüppelt werden, verhaftet werden und was sonst noch mit ihnen passiert, die trotzdem den Mut haben, für Freiheit, für den Frieden auf die Straße zu gehen oder eben auch im Verborgenen Haltung weiter zu bewahren. Und es gab zwei ganz berührende Szenen gestern im Deutschen Bundestag. Das Parlament bis auf die AfD haben sich erhoben für den ukrainischen Botschafter, haben ihn minutenlang applaudiert und genauso hat das deutsche Parlament sich erhoben für diejenigen, die in Russland auf die Straße gehen gegen Putin und haben minutenlang sich erhoben und applaudiert. Das waren zwei sehr berührende Szenen, die aus der Tiefe des Herzens gekommen sind und insofern bin ich froh, dass auch hier in Lauterbach es heute ein Zeichen gegeben haben, dass viele Bürgerinnen und Bürger gekommen sind in einer Lage, wo viele ja auch ohnmächtig sind und ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk zeigen. Und ich muss auch sagen, dass der Präsidenten der Ukraine auch auf Russisch sich per Internet, per seine sozialen Netzwerken an die Russen gewendet hat, dass er eine Hotline eingerichtet hat, dass auch Mütter und Väter in Russland aufstehen und sagen, wir wollen nicht, dass unsere Söhne hier ihr Leben lassen müssen für einen unsinnigen Krieg, der einem Großmachtsstreben von Putin begonnen hat. Und insofern, glaube ich, ist das eine wirkliche Zeitenwende, die wir gerade erleben. Und wir müssen bereit sein, einen Preis für unseren Frieden und für unsere Sicherheit und für unsere Freiheit zu zahlen. Mein Name ist Kurt Wiegel, bin mittlerweile 70 Jahre alt, bin ein Nachkriegskind, aber habe aus den Erzählungen alles von meinen Eltern, Großeltern mitbekommen, wie es in 1939 gelaufen ist. Und so kommt mir das leider, was Putin macht, jetzt auch so vor. Und ich bin richtig sauer, dass man so was noch im Jahre 2022 noch erleben muss. Haben Sie irgendwelche Verwandtschaften oder Bekannter drüben in der Ukraine oder in Russland? Nein, habe ich nicht. Aber trotzdem fühle ich mich zu Ihnen, zu den Ukrainern hingezogen, weil ich einfach dieses Unrecht nicht... Was sagen Sie denn zu den Sanktionen, die eingetreten sind, beziehungsweise was noch eintreten soll? Ich denke, das ist richtig, was die Bundesregierung jetzt gemacht hat, ja auch mit den Stimmen der Opposition. Und ich denke, es ist richtig, es muss in Russland auch ein Umdenken kommen. Man kann so was nicht machen, dass das auch bei uns Geld kostet. Ich glaube, das muss jeder für sich auch wissen, das wird nicht ganz spurlos an uns vorbeilaufen. Aber ich denke, es ist richtig. Ja, ich heiße Matthias Trümner, wohne in Lauterbach und in Wiesbaden und ich bin heute hier, weil ich finde, dass es wichtig ist, dass überall die Menschen, die sich Sorgen machen, auf die Straße gehen und die Ukraine supporten natürlich mit ihrer Anwesenheit, mit ihrem Gedenken, mit ihrer Solidarität. Aber ich denke, es ist auch genauso wichtig, dass jetzt die Politik entschlossen handelt und ich bin wirklich sehr glücklich darüber und erleichtert über das, was ich wahrnehme, und zwar weltweit, dass alle Staaten jetzt sich dieser Aggression auch entgegensetzen und dass es so viele Maßnahmen auch gibt, die so kurzfristig auch jetzt schon zur Wirkung kommen und eigentlich weltweit eine große Solidarität herrscht. Und ich hoffe, auf diesem Weg wird es gelingen, diese Aggression so kurz wie möglich zu halten. Ansonsten denken wir natürlich, glaube ich, alle, die hier sind, jeden Tag an die Menschen dort und dann an das Leid, das sie erleben. Haben Sie irgendwelche Verbande oder Bekannte dort drüben? Nein, tatsächlich nicht. Der Friede Gottes, er sei mit uns allen. Wie zerbrechlich doch unsere Sicherheiten sind, wie gefährdet unsere Ordnungen, das erleben wir in diesen Tagen. Wer sieht uns mit unserer Hilflosigkeit und Angst? Wütend und fassungslos erleben wir, wie Machthaber die Freiheit und das Leben vieler Menschen gefährden. Wie am Rand von Europa der Krieg beginnt, was wird wohl als nächstes passieren? Welchen Informationen dürfen wir trauen? Was können wir tun, das helfen oder etwas bewegen könnte? Und so rufen wir Gott an in unserer Not. Sieh du unsere Angst. Wie so viele suchen wir Zuflucht bei unserem Gott und Schutz, innere Ruhe und einen Grund für unsere Hoffnung. Wir bringen Gott unsere Sorgen und wir bitten ihn, die, um ihr Leben fürchten, zu begleiten und für friedliche Lösungen sich einzusetzen. In der Stille schauen wir auf das, was uns sorgt. Wir schauen aber auch auf das, was wir zart und heimlich und in unseren Herzen doch hoffen. Und wir schauen gemeinsam auf unseren Gott. Wir vertrauen uns den Worten des Evangeliums an, im Wissen darum, dass diese Worte schon Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg ermuntert und angespaunt haben und auch bei der Erringung der Freiheit, der Wiedervereinigung haben Menschen auf diese Worte gehört und sich von ihnen anregen und antreiben lassen. Aus dem Matthäus-Evangelium. Als aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Wir danken Ihnen allen für Ihr Kommen und wünschen, dass Sie Gott behütet. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus